hier sehen wir jetzt ein standard superior zimmer im rio helios paradise hat man hier normales schlafzimmer schöner großer balkon mit zeitlichem mehrblick ist es super schön eingerichtet hier zeige ich euch noch das badezimmer begebbare dusche habt ihr hier mit dabei richtig schön groß ist sogar rollstuhl geeignet könnten sogar mit rollstuhl kann man hier auch schön und was dabei ist ist duschgel shampoo und das braucht man schon mal nicht mitzubringen spart man auch einiges was man nicht mitbringen muss